Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer Folge, wo ich ein paar Random-Games spiele. Und zwar zwei. Ich habe Twitter gefragt, was ich machen soll und ähm, Random-Games waren das, was favorisiert waren. Und das spiele habe ich schon ewig auf meiner Liste. Es ist halt nur so klein, dass ich nie wirklich dachte, dass ich was machen kann. Ich finde die Idee aber ganz cool. Wir haben hier unsere Herde, das ist der Hirte. Und ein dieser Schafe ist vom Dämon besessen und es tötet andere Schafe, soweit ich weiß. Und wir müssen herausfinden, welches Schaf des böses Schafes. Und es töten, müssen wir uns anklicken. Und wenn wir uns anklicken, stirbt es und unser Hirte wird immer... Oh, der wird immer... Nein, 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 nein. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gestorben sind. Ich bin einfach am Frust, dass die Herde gestorben ist. Scheiß Dämon, wer ist das da links überhaupt? Die Musik macht mich fertig. Sie geht in meinen Geist und zerfrisst meinen Geist. Ich habe übrigens davor zum Testen zwei-, dreimal gespielt und da habe ich es immer geschafft. Jetzt nehme ich auf und ich schaffe es direkt nicht. Okay, ich werde suchen, wer, wer das bewegt. Fickt. Ah, nein, nein, nein. Wer stirbt und der in der Nähe ist, muss der böse Schaf sein. Wer stirbt? Wer stirbt? Wer stirbt? Okay, einer hier in der Nähe. Der da! Nein! Fuck! Fuck! Und der... Wieso macht der das eigentlich? Ich werde jetzt so lange spielen, bis ich das geschafft habe. Wenn ich richtig scheiße bin, kommt jetzt diese Spongebob-Tafel mit zwei Stunden später. Aber es wäre es jetzt schaffen, wenn ich den Versuch. Six and a half hours later. Yes! Fuck yeah! Fuck you! Scheiß Dämon! Fuck you! Das war jetzt kon... Ich war so konzentriert, wie noch nie zuvor in mein Leben. Mmh... 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 Äh... Ang... Okay, das nächste Spiel heißt Angry Deuce. Das hat schon Kon-Krafter gemacht, deswegen würde ich sie jeden gesagt haben. Das ist von Kon-Krafter geklaut. Es ist im Grunde Angry Birds mit MLG-Scheiß und äh... Level 1. Play Level 1! Yeah! Na! Yeah! Wir spielen's! So, und wir... Und wir müssen... Die Illuminaten-Köpfe, das machen. Yes! Und wir können das super gut. Wo soll ich noch hinschießen? Ach, es gibt noch einen, okay. Fick dich, Illuminaten! Yes! Yes! Oh, 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 oh! It's Whipple! Baby, it's Whipple! Mmh... Mmh... Ganz ehrlich, das ist gar nicht so schlecht. Das macht zum gewissen Grad tatsächlich Spaß. Level 5 will ich kommen, weil das ist ein Smile so... Es macht zum gewissen Grad wirklich Spaß. Und ich kann nicht genau sagen, warum es mir Spaß macht. So, jetzt. Yes! Level 4, ich mach bis Level 5. Mmh... Mmh... Yes! Okay, Level 5. Ugh! What? Hier sollen die in alle fallen? Oh, okay, es explodiert einfach random. Es hat keiner Sinn gemacht, dass es fällt. Das macht aber wirklich Spaß. Es wird noch erweitert. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Wenn ihr dafür noch mehr sehen wollt, ich würde noch mehr davon machen irgendwann mal vielleicht. Ähm, aber das war das Spiel. Morgen, ähm... Checkt mal das Who's to Daddy Video, was heute kam. Fand ich sehr lustig. Es kommt in dem Who's to Daddy jetzt wieder zweimal die Woche. Ich hab auch mit Stan schon was aufgenommen. Es kommt noch was mit Zef, damit Stan. Und ich glaub, Corrupted krieg ich auch noch dazu, mit mir zu spielen. Und äh, dann sag ich mir's demnächst mal, Leute. Bis dahin! Ciao!